Ja, hi, hier. Schon wieder die Tanne. Mensch, schon das dritte Mal hintereinander, wo ich hier so reingrätsche. Ich denke mal, du weißt schon Bescheid, wie in den letzten beiden Folgen schon erklärt, gibt es ein paar Probleme mit dem Bildmaterial in dieser Twitch-Aufnahme und die Soundspur sollte soweit okay sein. Aber das Bild kann mal ruckeln und zuckeln und ja, habe ich eigentlich schon alles erklärt. Nicht wundern, es liegt nicht an dir, etc. pp. Also viel Spaß bei Grounded. Ich muss erst wieder das Kabel suchen. Ah, hab's. Das ist das Kabel, da geht's runter. Immer durch die Blasen schwimmen am besten. Bist du noch da? Bist du noch hinter mir? Okay, dann hole ich hier nochmal Luft. Und auf. Verdammt. Bist du da? Hier oben ist so ein Dings, da können wir schneller schwimmen. Das kommt mir bekannt vor. Gehen wir nochmal hier kurz Luft holen. Ja, wo? Warte, ich muss ja mal hier an der Gas gehen. Und dann habe ich, genau, dann habe ich diese Luke, habe ich die Luke von einer anderen? Eine andere, die ist direkt daneben. Die andere ist direkt daneben. Na, okay, jetzt musst du gucken, wo deine Tasche ist. Ach, du bist nach oben. Siehst du? Nee. Nee? Ach, doch, jetzt sehe ich sie, okay. Hast du? Die Richtung. Sie wird mir oben jetzt angezeigt. Das ist 21 Meter hoch. Ah, dann hier durch wahrscheinlich, oder? Oder? Jetzt wird sie mir gar nicht mehr angezeigt. Aber hier war ich. Hier ist es nicht. Aber jetzt wird sie mir nicht mehr angezeigt. Bitte. Oh, hier ist auch so eine Luke. Genau, hier war ich ganz. Nun bin ich wieder zurück. Warte, ich gucke mal hier unten. Ihr dürft halt nicht zu weit tauchen mit so wenig Luft. Gut, du hast die Luftblase gehabt, ne? Ich hatte die Luftblase gehabt, ja. Okay, ich muss wieder zur Luke. Bitte. Jetzt wird mir das in der Richtung alles gezeigt. Hey, das ist so ein bisschen... Also, es wird halt nicht auf dem Boden angezeigt, ne? Ja, dann schwimmt das irgendwo. Ja. Oh, Achtung, da kommt eine Spinne. Ich bin raus hier. Warte auf. Ja, lustig. Also, als ich jetzt in die Richtung geschwommen bin, da hinten steht jetzt 58 Zentimeter, dann war das halt nicht so, dass ich immer weiter Richtung Boden geschwommen bin, sondern es wurde irgendwo nach oben angezeigt. Okay, dann treibt das irgendwo eine Spinne. Aber... Ja, muss ich da nochmal rein, wo ich eben war, draußen. Beim Baumstil. Oder es schwimmt doch drüber. Das ist ja doof. Also, von hier aus kommen wir da nicht hin, oder? Ja, komm mal mit. Wir gehen jetzt erstmal durch die Luke, damit du... Ja, das können wir erstmal ausmachen. Jetzt müsste ja hoffentlich diese Dings aufgehen, weißt du. Hier kommt jetzt die Luke, durch die ich jetzt eben schwimmen wollte mit dir. Oben unter der Decke. Das ist auch Snark. Oh! Ja, das ist die auch. Moment! Burga, danke für dein Rate. Herzlich Willkommen! Dankeschön! Hast du von dir oben mal auf dein Rucksäckchen zuschwimmen? Ne, ich suche ihn gerade. Hm. Besonders neues Jahr von Kurga, soll ich wünschen. Kurga! Ebenso. Ebenso. Dankeschön. Wir sind im Multi-Stream. Ich habe... Hat das funktioniert? Ja. Ihr könnt auch gerne bei Tana mal mit reingucken. Ja, hier, Multi-Kulti. Da könnt ihr sehen, wie verzweifelt Tana ihre Tasche sucht, die wir halt jetzt nicht sehen. Das ist halt... Ah, ja, das Problem ist gerade, ich sehe sie nicht mehr. Ja, das ist eine Fluid-Veton-Tasche. Fluid. Wenn du nach ganz unten guckst, guck mal an die runter. Irgendwo muss das ja trotzdem angezeigt werden. Ja, ja, hier wird sie jetzt angezeigt unten. Hier unten. Ja. Ich schwimme einfach nochmal gerade runter, ohne mich zu verfransen. Ja. Dann hängt die unten irgendwo an der Decke dran, glaube ich. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hier unter dem Stein. Ja, hier unter dem Stein. Ich habe einen Ring gefunden. Okay, hier unter dem Stein. Ich taue nochmal auf. Du hast einen Ring gefunden? Ja. Was? Also Gollum hat den, glaube ich, auch aus dem Wasser ausgetaucht. Der passt mir sogar. Da steht T und T drauf. Was? B und Tanne? Was? B und Tanne, genau. B und T. Was und Tanne? Okay, wir kommen mit Zählen her. Wehe. Weiß ich nicht. Ist das Game neu? Nö. Nö, das gibt es schon eine Weile. Das ist halt wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Aber halt so weit. Ach, hier ist der Ring, genau. Okay. Hast du ihn gesehen? Ja. Genau. Okay. Ja, da hinten ist diese komische Station. Wenn man es da kennt, das sind so Kameras. Das sind drei Stück. Okay, ich hätte jetzt echt gedacht, hier unter dem Stein wäre mein Rucksack. Aber denkst du? Auch nicht? Nee. Ey, Dori. Hier unten liegt ein Ring. Mhm. Das, das, aus dir wird später Gollum, wenn du den jetzt rausholst. Mein Klack. Er ist noch weiter unten. Also wir müssen wirklich da wahrscheinlich doch wieder hin, wo wir waren. Und Dori kann gerade nicht mit. Mann, da ist meine Schuld. Ich hänge hier fest. Weil ihr nicht abwarten könnt. Nee, weil es Tauchern so viel Spaß bringt. Ja, also es ist noch weiter hier unter. Hier drunten wohl. Da drunten? Ach, da guck mal. Hier geht es sogar. Hier ist so. Oh, Tanne. Was? Ich bin hier durchgeschlupst. Ich auch. Oh Gott. Was? Siehst du deinen Beutel? Oh Gott. Jetzt ist er wieder über. Ich bin verwirrt, ich werde wieder sterben. Wo sind wir hier? Hier ist doch auch. Oh. Wieso kommt man jetzt hier nicht mehr hoch? Was ist das für eine Verarsche? Das ist doch ein Pack. Ja. Luft, Luft, Luft. Luft wäre ganz interessant, ne? Ah, hier oben. Oh. Hier oben. Oh. Hilfe. Ich komm. Das Spiel macht mich fertig. Ja, ein bisschen. Du musst nach unten schauen. Mann, weh. Taste weh. Das war jetzt ein Pack, oder? Das war echt. Das hat ja auch keine Textur gehabt. Mann. Das wünsche ich dir auch, Kurga. Danke nochmal. Vielen, vielen Dank. Was ist dir schmecken? Du schaffst das. Ja, aber auch keine Textur, ne? Da kann man mal klatschen. Dieser blöde Rucksack, ne? Ja, okay. Da war jetzt die Mütze halt drin, ne? Ja. Uri, wir müssen nochmal Schnorchel bauen und... Wir müssen nach unten schauen. Schnorchel und nochmal Füßchen. Füßchen. Brauchen wir nochmal diese Kruderwanzenflossen. Seekras und Seerosenwachs. Aber wir haben alles. Für den Schnorchel... Ja, haben wir auch alles. Okay. Fanny, wo bist du? Ja, ich bin kurz mal wieder hier reingesprungen. Aber es ist halt... Irgendwie ist das noch nicht richtig gut mit diesem... Wo ist der Rucksack? Das ist komisch, ne? Ja. Da will ich hin. Normalerweise schwimmt das Zeug immer nach oben an die Oberfläche. Dass es ein bisschen gebackt ist, einfach. Ja. Eigentlich müssen wir diese Schatzkiste öffnen. Da braucht man halt auch noch einen Schlüssel dafür. Den haben wir noch nicht gefunden. Aber die brauche ich hier. Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr von den Sachen, damit wir auch die Helme bauen können. Ich glaube, der ist irgendwo verpackt. Weil jetzt bin ich in die Richtung gerade geschwommen und ich sehe ihn einfach nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Voll schade. Dann bauen wir halt ein bisschen mehr Sachen ab. Ja, das kriegen wir hin. Was wir halt nur brauchen, sind diese Knochen da. Ich habe jetzt, glaube ich, schon drei oder so. Vier, fünf, sechs. Ah. Ich habe ihn. Was? Ah, perfekt. Aber reicht es von der Luft her? Oh Gott. Äh, oh Gott. Wenn du jetzt wieder stirbst. Scheiße. Oh nein, ich sehe die Luke. Nicht in den Ernst. Okay, wir brauchen noch mehr Taucher. Aber ich war in der Nähe von der Luke, Katrin. Der muss jetzt da irgendwo sein. Und der klebte wirklich in so einer Felsspalte fest, weil er hochgetrieben ist. Mädels, wir bauen jetzt erst mal einfach wieder, bevor wir wieder hier auf große Taucher gehen. Und das Respawn hat nicht funktioniert. Ich bin wieder in der Höhle. Das ist doch komisch. Ach so, musst du das vielleicht anwählen? Hast du einfach nur Enter gedrückt oder sowas? Der Stand hat Respawn, deswegen habe ich jetzt einfach. Aber ich glaube, du kannst doch aussuchen, wo du Respawnst. Möglich. Hey, ich habe jetzt zwei Rucksäcke. Aber bist du noch da unten bei der Luke, Katrin? Nee, ich gehe jetzt hoch, weil ich vernünftig bin und erst mal Tauchersachen bauen möchte. Okay. Weil ich war jetzt wirklich fast in der Nähe von der Luke. Dori, du grüßt, ich weiß gar nicht, vier habe ich, fünf? Wie habe ich denn? Sechs von den, ich habe sechs von diesen Dingern. Ich habe ein Déjà-vu-Blip-Floss. Ich glaube, ich kann dir sogar einen Hut bauen. Seegras und Wachs. Das ist hier alles drin. Das müssen wir noch mal holen wahrscheinlich, ne? Dori? Ja, müssen wir holen. Ich lege dir mal diese Nochen rein. Daraus kann man nämlich so einen Helm basteln. Dann kriegst du auf jeden Fall so einen Taucherhelm. Helm? So einen Blasenhelm? So einen Blasenhelm. Nein, aber da brauche ich auch noch mal Seegrasfaser. Ja, ich gehe noch mal kurz mit alles mögliche Zeug holen. Ja, ich gehe auch. Na, Tanne? Aber hey, ich habe den Rucksack gefunden. Ja. Richtig, urschenkfest. Aber Tanne, du kannst ein bisschen Wachs abgrasen von den Seerosenblättern. Okay. Dann holen Katrin und ich die Seegräser von unten. Und du kannst oben auf der Unterseite der Seerosenblätter dieses Wachs abkratzen. Okay. Wenn ich dann mal da bin. Ja, gut. Aber das wäre jetzt mal interessant. Habe ich jetzt wirklich, dann sind da eigentlich ja zwei Rucksäcke. Tanne macht heute den ganzen See voll. Ich verschmutze den See. Irgendwann kannst du dir wirklich einen aussuchen von den Rucksäcken. Ja. Katrin, fütterst du eigentlich noch Enten? Nee, gerade nicht. Ich war schon ewig nicht mehr da. Alexander Techt, guten Abend. Schön, dass du da bist bei Takoda. Takadu. Takadu. Tanne ist heute schon. Kakadu. Du hast schon. Oh. Win Channel Points if you make the correct Prevents. Schwusch. Schön. Was will mir Slops damit sagen? Ich weiß es nicht. Ist das auch was? Anders was? Keine Ahnung. Ja. Du hast, Tanne, ich bin heute schon zweimal gestorben. Verpasst du was? Oh. Ja, lustig. Die Rucksäcke. Einer liegt 279 Zentimeter, der andere 272 Zentimeter entfernt. Ich weiß gar nicht, ob ich die andere dann bekommen habe. Vielleicht deswegen. Scheiße. Aber ich weiß jetzt ja, wo sie liegen. Toll. Wie kratze ich denn bei der Seerose das ab? Einfach nehmen. Okay. Aber nicht abkratzen. Aber nicht abkratzen. Also du. Nee, habe ich schon genug heute. Bitte leben bleiben. Ich kann dir nichts bei der Seerose abkratzen. Mit E? Nee, das sind so kleine Pöpelchen immer da. Ach so. Wenn das nichts ist. Ich fühle mich gerade wie so ein Anfänger. Ja, im Prinzip bist du ja auch noch der Spieleanfänger. Ja, ganz gut. Das war ich nicht so mit der Dab. Die ist neu hier. Bin ich. Gerade frisch gespawnt. Frisch geschlüpft. Ja. Da hier, guck mal, Tanne. Hier. Das hier. Steh mal um. Hinter dir. Unter dem Seerosenblatt, wo ich bin. Randale. Hä? Sehst du mich? Ja, ich sehe dich. Guck mal, hier unter dem Blatt. Ach, unter. Genau. Ich suche die ganze Zeit auf dem Blatt. Das da. Ja, wo soll ich denn das wissen? Weil das Dori gesagt hat, du musst unter dem Blatt gucken. Nein, hat sie nicht. Sie hat gesagt, ich soll über den Seerosenblättern dieses Zeugs abkratzen. Nein. Du. Nein. Du. Nein. Das ist okay. Mir hört eh niemand. Was? Ach, Mann. Machen wir eigentlich noch diese komischen Viecher? Welche komischen Viecher? Genau die. Ich habe vorhin einen getötet, aber ich habe das irgendwie nicht mehr im Inventar. Okay. Ich habe es drin. Ich habe jetzt fast 40 Seerosengras und ich habe auch schon neunmal Wachs. Ja, okay. Das will sagen, dass ich eine Vorhersage gestandet habe. Das heißt, die Zuschauer können jetzt drauf wetten, ob du heute noch einmal stirbst oder nicht. Ach so. Danke. Das habe ich noch nicht mehr gesehen. Ja, bin ich aber gespannt. Leute, wettet mal darauf, ob ich heute noch mal sterbe. Nein, sie stirbt heute nicht noch mal. Ich kann mit meinen Tannenzapfen darauf wetten. Wow. Ansonsten wird Tanne hier auch zum Trocknen aufgehangen einfach. Die Tanne kriegt Taufverbot. So, warte mal. Dann kann ich ja auf jeden Fall. Wo ist es denn? Ich brauche das da. Ah, okay. Ich brauche noch das Beil. Das haben wir auch. Das ist kein Problem. Kein Problem? So. Du, Uri. Wird Uri? Du, ich habe schon ein Helm. Was? Danke. Damit kannst du ruhig dich schläft tun. Bedeutet aber nichts. Man ertrinkt trotzdem. Du ertrinkst. Du. Niemand ertrinkt. Aber ich habe das Gefühl, wir sind dem Schlüssel schon sehr nah. Ja, ich weiß jedenfalls jetzt, wo die Sachen liegen. Unter dem Meer. Nein, unter einem Stein. Unter dem Stein. Dick. Da ist bestimmt auch Harry Potter. Der Harry Potter und sein Stein. Unter dem Stein des Wassers. Du hast so kleine Noxloben drauf. Ja. Bin ich nicht cute? Ja, du bist nicht cute. Okay. Wie viel haben wir jetzt davon verbraucht? Warte mal. Ich hatte doch... Was bist du denn? Was ist denn das für ein komisches Tier? Dori, wir brauchen noch ganz viel versunkene Knochen. Was war das? So ein komischer Floh oder was das ist. Ja, aber der sieht so grau durchsichtig aus. Hast du Flossen? Nee, ich habe noch keine Flossen. Können wir die bauen? Ja, nee. Doch. Ich habe einen Flossending. Haben wir die noch hier? Zwei Flossendinger. Ich packe die mal hier mit rüber. Quasi in die Tauchkiste. Wir brauchen noch zwei von den Flossendingern. Und immer noch Wachs und Gras. Ja, Wachs habe ich schon ganz viel gewohnt. Sehr gut. Dann brauchen wir noch mal diese Flossenviecher. Diese Flossenviecher. Und Knochen. Die Knochen sind halt bis unten im Meer. Die Knochen liegen halt unten im Rucksack. Oh, mein Spielbacken gerade. Oh nein. Erstmal müssen wir dir Flossen machen, Dori. Da brauchen wir keine Knochen, oder? Die Ruderwanzen. Ja, Ruderwanzen, genau. Habe ich jetzt eine. Zwei liegen noch oben. Dann hier nochmal hin. Ich habe das total vergessen. Ah, hier war noch versperrt. Dori? Ja. Dori, Magda. Da, wo wir unten waren, bei dem Vogelhäuschen, da ist noch versperrt. Also hier müssen wir noch ein bisschen was auskundschaften, glaube ich. Versperrt? Wir sind doch da durchgeschwommen. Ja, wir sind nur in einen Raum geschwommen. Hallo, Iriashi. Ich war gerade mal unten, aber da ist noch ein Raum versperrt, da haben wir durchgeguckt gehabt. Irgendwo muss da weitergehen. Ja, und da hinten ist ja auch noch eine Luke offen. Ich habe ganz viel Wachs. Ich bin, was ihr da gemacht habt. Ja, ne? Guck mal. Warte. Wo ist es denn? Bei einem Bier. Tolles Haus. Der war gut. Ja, ja, natürlich. Da ist schon wieder eine Spinne. Ich habe einen kleinen Palast gebaut. So was, soll ich mir irgendwie, soll ich, ich fühle mich so hilflos. Nutzlos? Nein, warte mal, wir suchen noch. Hast du noch so ein Krabbelding? Was für ein Krabbelding? Ich bin nur Spinnen und ich mag die nicht. Wir suchen noch so Ruderwanzen oder wie die heißen. Ja, genau. Oh, ich glaube, da ist einer. Hier ist so ein anderes Viech. Aber ich habe, ich habe, oh, ich habe Bongo Alarm. Bongo Alarm. Das sind aber meistens die kleinen Flöhe, ne? Ich glaube, das ist die Wasserspinne hinter mir. Oh, ich bin mir nicht sicher, aber. Oh, ich habe, glaube ich, vorhin einen Haltung annehmen vergessen. Entschuldigung, Leute. Egal, ich kenne jetzt trotzdem noch das Flossentier. Einen Prost, Monkel. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich muss mir was zu trinken holen. Ich hole mir mal eben was zu trinken. Habe ich schon gesagt, dass ich mir was zu trinken hole? Holst du dir mal was zu trinken, bitte? Ja, ich hole mir was zu trinken. Also, ich stehe mal auf und hole mir was zu trinken. Ja, hol dir mal was zu trinken. Okay. Ja, gut. Okay, ich habe jetzt noch zwei Stück gefunden. Also, ich glaube, jetzt haben wir genug für Flossen. Okay. Dann können wir die schon mal machen. Dann hast du auf jeden Fall den Helm. Und dann können wir noch ein bisschen tauchen nach den Dings, nach den versunkten Knochen. Gut, gut. Ja, Laternen gehen uns dann halt wieder aus. Was brauchen wir denn dafür? Immer noch diese Schleimpilzdinger. Ich hatte die eine Höhle leergeräumt, weil ich wusste, dass es die da gibt. Aber ich wüsste noch, in welcher Höhle wir nochmal gucken könnten. Aber da waren so Wanzen drin, diese, die uns vorhin da in der Horde angegriffen haben. Weißt du, was ich meine? Ja, aber lass uns doch da zu zweit hingehen. Dann haben wir die. Also, wir können uns ja nichts. Yes. Da bin ich schon wieder. Baby. Hallo, ich habe mir was zu trinken geholt. Sehr schön. Warte mal. Ausrüsten. Aber da kann man ja Fahne mitnehmen. Da fühlt sie sich nicht nutzlos. Das ist aber nutzlos. Was wir aber brauchen, sind eine normale Fackel halt. Jetzt habe ich die Schüche vergessen. Boing. Habe ich meinen Kopf. Wo hast du deinen Kopf? Hallo Mädels, na? Was, Saft und Sprüssling. Hi. Was, Saft und Sprüssling. Yeah. Wuhu. Ach, ich bin. Tanne, zweimal gestorben heute. Ich feiere das. Richtig produktiv. Ja. So, warte mal. Ihr nehmt mal bitte wieder eine davon. Geht's. Mein Ebel nicht. Was ist denn los hier? Dein Webel nicht, dein Ebel nicht. Was ist das mit deiner Tastatur? Hey, das... Welcher von euch hat hier... Welcher von euch? Wer von euch hat hier einfach Klee noch mit reingepackt? Das ist Klee. Das gehört ja nicht rein. Das ist schon voll. Aber, 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 aber... Nein, es ist weg. Okay. Der Punkt in mir. Okay, die Regel kannte ich nicht. Soll ich... Komm mit? Ja, aber ich habe keinen Schnurr. Nein, wir gehen jetzt nicht tauchen. Wieso? Wir suchen uns jetzt, damit wir noch Lampen basteln können, wo unten weißt du? Warte mal, ich muss mich mal kurz hier so... Ui! Luri! Ja? Da ist ein Tropfen! Oh, den könnte ich gebrauchen. Danke. Ich glaube, das wäre Pipi. Cool. Saubertrank. Action-Tanne sterben am laufenden Zentimeter. Was macht die Dose, Noah? Ich hänge hier fest. Oh, was ist denn hier los, Leute? Ich bleibe hier mal hängen. Guck doch mal. Guck mal. Duri, Duri. Ich hänge hier genau unter dem Blatt. Ich fühle mich gemobbt. Von Mutter Natur. Der wird aus wie ein Hut. Steht dir gut? Der Hut. Doof. Okay, ich glaube, wir schaffen den versunkenen Schatz heute nicht. Das ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Wir können ja nicht immer perfekt sein. Nee, und lassen Sie mich mal zuschauen und zeigen, wie man stirbt. Das ist auch mal was. So. Ach, Markierung, Hose, Eiche müssen wir auch noch machen. Die ist nämlich hier in der Nähe sogar. Seid ihr noch da? Ja. Gut. Wir müssen jetzt da unten rein. Aber was wollen wir denn hier? Diese Schleimsprösslinge. Vorsichtig. Aber ich habe keine Waffe. Bimmt. Egal. Egal. Ich hoffe, hier gibt es auch welche. Egal. Sterbe ich halt nochmal. Ich hoffe, das ist da hinten. Pass auf. Du sammelst und wir kämpfen. Ich kann mich aufheben, Tanne. Warte, warte. Warte, warte. Kannst du mich aufheben, Tanne? Ich bin ganz vorsichtig. Es ging ein bisschen schnell mit dem Stern. Da hinten ist noch eine. Ich muss mich erst kurz heilen. Hast du was dabei? Ja. Achtung, Tanne. Vorsichtig. App hinter uns. Ja. Da nochmal. Wieso hat das... Oder dauert das immer... Dauert manchmal ein bisschen. Guck mal, ich kann Zeitlupe laufen. Achso, du hast hier die Tastatur. Ich will das auch. Guck mal, der hängt fest. No, 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 no. Tanne sammelt die Finger ein. Moment, ich komme dir zu Hilfe. Das war schon nett. Okay, Dori kommt dann auch irgendwann. Ja, aber hier hat es doch noch so Schleimdinger überall. Hä? Hier. Achso, da oben. An den Decken und so. Kommt man da hin? Ich kann volle Weitem. Ah. Hui. Ist das, habe ich gar nicht hingeguckt. Dori hat uns auch abgelenkt. Und Tanne zeigt den Zuschauern eben, wie man es nicht machen sollte. Hilft euch. Hilft auch. Ja. Tanne macht das Tutorial, wie man sterben kann. Ja, ich zeige einfach alles, was man kann hier. Dori hat die Art gemacht, wie man fast stirbt. Ja, genau. Okay. Ja, dann haben wir ein bisschen Schleim wieder. Wieder. Ah, da. Kiech. By the way, man kann nahtlos zwischen Testatur und Controller wechseln. Ja? Ja, das ist cool. Das ist echt gut. Vielleicht mein Controller leer ist. Ja gut, dass mal Kicken heute nicht da ist. So viel tote Käfer. Mag der die nicht? Nee, er hat bei die, hast du, du hast Deponia 4 gesehen? Ja, alle gespielt. Genau. Und da wird dir die Made geschnetzelt. Ah, ja, ja, ja. Und das von Makiken nicht so toll. Das war auch sehr traurig. Ja, und gestern habe ich ja, nee, am Sonntag habe ich ja das andere Spiel gespielt mit den Kakerlaken. Ja. Ich hing schon wieder so ein Blatt fest. Und da hat die, wenn du, kanntest du halt als Kakerlake, findest du halt auch solche Maden überall. Und die kannst du dann futtern. Das fand er auch nicht so gut. Nee, deswegen dachte ich immer, vorsichtig mal Kicken weggucken. Mal Kicken, ob er guckt. Mal Kicken, ob er wegguckt. Mal Kicken, muss er weggucken. Hä? Nee. Ich geh schlafen. Gute Nacht, Mädels. Okay. Bleib noch wach. Die müssen ja jetzt wach bleiben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Komm ins Bett! Ich bin bereit, um den Kakerlaken zu machen. Die Kinder der Villa, Kinderpunsch, wir lachen weis und gefällig.